Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu Don't Starve. Ich bin schon mal ein bisschen weiter gegangen und habe ein Wurmloch gefunden, ja. Und noch mehr Schweinchen. Und ich weiß nicht, ob ich in das Wurmloch schon mal... Was? Ich hab nicht genügend... Was? Ich hab nicht genügend Steine. Das ist ja beschiss. Ich nehm mir erst mal Stöcker mit. Ich glaub, ich spring einfach mal in das Wurmloch rein, weil was hab ich schon zu verlieren? Eigentlich nichts. Es sind noch mehr Schweinchen. Das ist ja unglaublich. Oh, nochmal so ein böser Baum. Mann. Ansonsten ist hier auch nüscht. Oh, sie hat Hunger. Fuck you. Fuck you. Okay, wir springen in das Wurmloch. Mal gucken, ob er rauskommt. Hi. Ja. Wo sind wir denn hier? Ah, okay. Wo ist das Wurmloch gewesen? Da oben. Krass. Wie weit einfach. Oh, Büsche. Büsche. Das ist schon mal etwas. Und ich brauche... Ich brauche... Ich brauche... Ich brauche Flint. Das Näschen. Wihi. Oh, Flint. Geil. Geil, geil. Kann ich mir eine machen? Ich kann mir eine machen. Sehr schön. Ja, wir brauchen Holz, wir brauchen Essen, wir brauchen alles. Also heißt es wieder, Ressourcen sammeln, Ressourcen sammeln, Ressourcen sammeln. Hey. Darin bin ich ja mittlerweile Profi, ja. In Ressourcen sammeln. Oh, aber das mit dem Essen, das wird schon wieder... Da liegt eine Möhre. Die schnappe ich mir gleich. Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ja, ja, ja. The night is coming. Wie süß das bei ihr klingt. Oh. Ist ja voll knuffig. The night is coming. Ja, genau. Das ist Wurmloch. Hier sind Steine, Steine, Steine. Steine, Steine. Steine, Steine. Ich brauche He, aber Essen. Ich brauche Essen und... Oh Gott, die Arme, Alter, wird verhungern. Ich sehe es jetzt schon. Ich sehe es schon vor meinem Auge, sie wird verhungern. Oh Gott, oh Gott. Ah, ah, ja, wieder ein Gnom. Nehme ich mit, nehme ich mit. Und ein Speer nehme ich auch mit. Finden wir jetzt auch noch Chester, dann bin ich glücklich. Flint, Flint. Flint, Flint, alles mitnehmen. Flint. Ich wollte den Gnom jetzt einfach mitnehmen, weil... Weil er halt... Ach, das ist ein Grab. Ne, wenn ich das jetzt... Oh, hier sind... Oh, hier ist Gold. Was ist das? Wir sind nur bei Gräber. Oh, meine Insanity geht runter. Nein, bevor ich hier noch irgendwas anzünde nachher. Aus purer Verzweiflung. Oh Gott, wie viel das... Neun. Oh! Liebchen! Da hast du ja auch Kult am Ende. Scheiße. Das ist jetzt echt ein bisschen mies, ne? Hauptsache, hier liegen Steine. Und... Da ist noch ein Busch. Sehr gut. Und ich muss mir gleich ein Feuerchen machen. Ich hab es schon mal offen. Ja, komm. Mach mir ein Feuer hin. So. So. Und... Essen machen. Und Essen fassen. Meine Zeit. Okay, wir müssen dringend, dringend Essen suchen. Ganz ehrlich. Das ist ja nicht mehr... Nicht mehr normal. Okay, der Gartenzwerg kommt erstmal dahin. Du kommst auch dahin. Pupu kommt auch erstmal dahin. Äh, was ist das denn? Achso, das ist der Leiter. Der Leiter ist das. Achso, du kommst dahin, du kommst dahin, du kommst dahin. Gut. Gut. Wo kann ich denn am besten Essen sammeln? Ich muss gleich nochmal auf die Karte schauen. Nein, nein, nicht in... Äh, äh, äh. Nicht ins Dunkeln gehen. Geh nicht in die Dunkelheit. Ähm, wir müssen hoch. Oder wir gehen dahin, wo die Gräber sind. Eigentlich möchte ich da ja nochmal hin, ne? Eigentlich möchte ich nochmal zu den Gräbern. Einfach nur umzugucken, so. Wieso geht denn hier ihre Sanity hoch? Ach, weil sie beim Feuer steht. Ah, guck einer an. Das ist ja interessant. Weil sie beim Feuer steht, geht ihre, äh, Sanity hoch. Wusste ich auch nicht. Ich hab mit diesem Charakter übrigens noch nie gespielt. Ich hab auch mit Wendy noch nie gespielt, wo ich das gerne möchte. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Da ist ja ein Träumchen. Hm. Das ist gut zu wissen. Dass, wenn da Feuer ist, dass ihre Sanity hochgeht. Sehr interessant. So, und gehen wir mal zu den Gräbern. Hier sind Bäume. Das ist fantastisch. Aber ich brauch Essen. Bäume, das ist sehr gut, aber ich brauch Essen. Aber egal. Bäume kann ich auch gebrauchen. So. Die Pinien-Dinger. Hier sind... Ach, das ist ja echt... Überall Gräber. Das nehm ich auch mit. Ah ja, guck mal. Und schwupps ist hier Nebel. Das ist ja... Das glitscht ein bisschen, ne? Okay. Bei Feuer fühlt sie sich wohl. Und sie ist auch immun gegen... Mein Gott, was liegen hier denn für viele Steine? Was ist denn da los mit euch? Alter. Gab's irgendwie Sonderschlussverkauf im Baumarkt? Oder warum sind hier so viele? Ist ja... Heftig. So. Das heißt, ein Waldbrand macht ihr auch nichts aus, ne? Da freut sie sich, glaube ich, eher drüber. Gut, okay. Alles klar. Hauptsache, wir kriegen da Kohle raus. Waldbrand? Geil. Freu mich. So. Hier ist nichts zu essen. Nicht mal irgendwie so einen Busch oder so. Uh. War ich das? Hat sie die gerade angezündet? Oder war das ein Blitz? Oh, ich muss niesen. Oh nein. Okay. Okay, wir müssen wieder hoch. Ah, ist das ekelig. Gerade so in der Aufnahme niesen. Oh, die Musik passt gerade super zu dieser Atmosphäre. Müssen wieder hoch. Na, das ist ein tolles. Okay, ich glaube, an Ressourcen werde ich erst mal kein Problem haben. Ich habe nur erstes Probleme. Ich laufe erst mal auf dem Weg. Da geht es schneller, so. Bam, 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 bam. Ja, hallo, hallo. Schöne Gräber, schöne Gräber. Ach, guck mal hier. Papp. Nebel ich. Nebel wieder weg. Da liegt Seat. So, wo bin ich denn jetzt? Eee, ja. Eee, ja, ja. Finde ich gut, finde ich gut. Was haben wir denn hier? Oh, äh. Schon wieder diese einäugigen. Äh. Muss ich da jetzt ernsthaft lang? Oh. Ne, mi. Wie? Ich habe Angst vor den Dingern. Ich habe... Boah, alt. Was hat denn das für eine... Warum verfolgt mich das denn? Das Ding macht mir übelst Angst. Richtig Angst macht mir das. So, da oben will ich hin. Genau hier hin. Oh, Blümchen. Oh. Oh, Blumen. Geil. Ach, Mann. Ich wollte den Vogel nicht anklingen. Zwölf. Ja, ja. Nein. Äh, äh, äh. Ich habe schneller geklickt, wie sie fertig war. Wie, das war es? Nur ein Busch, oder was? Ne, da oben ist noch einer. Ah, und eine Möhre. Und noch eine Möhre. Juu. Geil. Frischgeil. Bin ich jetzt wieder da, wo ich schon war? Ja. Okay. Ich gebe, glaube ich, keine Büffel. Die gibt es nur oben. Mehr ist hier nicht. Mehr ist hier nicht? Doch. Doch. Och, oh, Gott sei Dank. Hier ist uns ein bisschen Futter. Der Magen hängt ja schon wieder auf Halbmast bei ihr. Äh. So. Ähm. Ach, Gold brauche ich. Ja, ja. Genau. Hier. Mach mal. Schon wieder vergessen. Ich brauche ja eine Science Machine. Und da könnten wir eigentlich wieder nach oben gehen und schon mal hier unser Lager errichten. Das wäre doch ganz, ganz gut. So, wo waren denn hier jetzt die? Da. Du, dahin, du. Hier. Minen sie mal. Dann werden wir meinen Inventor auch irgendwie wieder leeren. Schon wieder so vollgeproppt. Äh. Hm. Ich weiß gar nicht, wie viel brauche ich denn dafür. Ach, das reicht schon. Ach, das ist ja so. Wo ist denn jetzt das Loch da? Da liegt noch ein Samen. Oh, ihr Magen schon wieder. Oh. Es tut mir so leid. Ähm. Ja. Ich könnte versuchen, da hochzugehen. Oder ich gehe nochmal. Ich glaube, ich suche mir nochmal ein bisschen mehr zu essen. Und gehe mal ein bisschen weiter nach links. Ja, das klingt nach einem Plan. Wie viel brauche ich dafür? Vier und vier. Okay. Das kriege ich hin. Uh. Siehste? Wie gut, dass ich hier lang gegangen bin. So, jetzt muss ich aber schauen. Ne. Da will ich lang. Hier will ich lang. Kann ja sein, dass hier noch irgendwie... Ach, guck mal hier. Siehste? Gleich schon Glück gehabt. Oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei. Oh wei, oh wei. Achso, ich könnte das vielleicht auch mal wieder umgehen. Ne, ne, das wäre ja ganz schlecht. Jo. Das war's? Wie, warum bin ich denn hier... Oh. Aber wir können doch runter. Oh, ich dachte jetzt irgendwie so... Oh fuck. Ich muss mir gleich ernsthaft was zu essen machen. Drei. Ja, ich muss mir was zu essen machen. Das geht nicht. Schon ganz kleine Magen. Oh wei. Das tut mir so leid. Hier. Lecker Mörchen. Mh. Ein Heat Food. Ja, ich mach ja schon. Ich mach ja schon. Drei. Boah. Alles wieder weggefressen. So. Ich hoffe, das... Krieg ich denn noch. Schnell wieder weg. Okay. Oh man. Aber der Magen ist ja zumindest wieder ein bisschen gefüllt. Das ist sehr gut. Wo liegt er? Da liegt er. Und man sieht, ich war hier schon. Okay, hier unten ist auch gar nichts. Achso, da muss ich runter. Ja, oder wir gehen hoch. Und man kann auch hochgehen. Oder wie... Ach, guck mal, da neben dem Ding... Ja, dann gehen wir wieder zurück. Da ist ja... Das hab ich ja gar nicht gesehen hier. Da. Da sind auch noch bisschen neben dem Loch. Na, dann muss ich ja gleich wieder zurück. Aber egal. Egal, egal. Oh, und ich muss pinkeln. Wär ich mal vor der Aufnahme gegangen, ey. So eine Scheiße. Aber es fällt da mir immer hinterher dann ein, ne? So. Oh, das ist echt praktisch. Braucht einmal noch am Feuer stehen und sie ist glücklich. Du bist ein sehr einfacher Charakter. Hoffe ich zumindest. Also ich will hier nicht irgendwie... Nachher flammt sie wirklich alles ab. Oh, wenn ich das schon wieder sehe, dass das runter geht, ne? Oh, guck mal. Ist das gekocht? Nein, ist das gar nicht... Ach, das hab ich ja eben gesammelt. Gedächtnis wie ein Goldfisch. Wir werden immer kleiner, das Feuer. Tag. Bitte. Breche an. Bitte, bitte. Sofort. Feuer wird immer kleiner. Gott, das Feuer wird immer kleiner. Oh. Gerade noch geschafft. Gerade noch. So. Dann gehen wir wieder zurück. Danke, dass ich hier sein durfte. Tschüss. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ist doch richtig, dass hier lang geht, wa? Jo. Passt. Passt. Kann ich ja unterwegs noch hier mit Waxnacken, aber ich glaube nicht. Äh. Bäumchen kann ich noch fällen. Dass die Tage auch immer so schnell... Also die, 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 die... Doch, dass der Tag immer so schnell rum sein muss. Finde ich ein bisschen schade. Ja, das sollst du auch mitnehmen. Jo. Jo, jo. Ich hoffe, dass die Schweine nicht böse werden. Dann übrigens, äh, weiß ich jetzt ja auch, was diese Häuser zu bedeuten haben. Dass da irgendwie Walrösser kommen. Na, tolle Wurst. Aber ich hoffe, dass die Schweine... Ach, Knarff. Mich, äh... Nicht auch irgendwann mal irgendwie, dass die auf die Idee kommen, so, oh, wir könnten sie ja mal angreifen. Sondern, dass die lieb sind. Hoffe ich. Ich weiß es nicht. Soweit habe ich noch nie in diesem Spiel gespielt. Dass ich das wissen könnte. Aber ich hoffe es einfach mal. So, wobei ist das Loch da? Oh Gott. Ich habe sogar eine Schaufel und nehme die ganze Zeit die Dinger nicht mit. Ich bin ja auch ein Held. Okay, habe ich schon alles weggefressen? Nee. Hier ist ein Weg. Hier sind ganz viele Blümchen. Hier sind Schweine. Du willst mich doch jetzt verarschen. Was? Noch ein Schweinedorf? Bitte was? Oh. Ist es okay, dass ich euch die Büsche weg esse? Oder greif... Hehehe. Greifst du mich jetzt an? Nein. Wahnsinn. Einfach noch mal so ein Schweinedorf. Ihr habt ja alles hier. Boah, oder ich bleib hier. Das ist jetzt die Frage, ne? Ach, einfach noch mal so ein Schweinedorf. Ja, oder da oben, ne? Da ist auch noch ein Schweinekönig. Ach, ich weiß nicht. Ich habe so viele Dörfer jetzt gefunden von den Schweinchen. dass ich ein wenig überfordert bin. Ich bin sehr überfordert. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hin soll. Zu welchem Dorf ich... Stay away. Ja. Ich will hier nur durch. Ich will hier nur durch. Okay, große Fläche. Ich dachte, die wählen muss. Nein. Schade, schade Schokolade. So. Wir können runter, wir können hoch. Das ist ja unglaublich. Noch ein Schweinedorf. Joa. Ich glaube, ich möchte aber lieber oben bleiben, weil das wenigstens, da sind die Büffel. Gut, okay, wenn die Büffel Babys haben, habe ich schlechte Karten. Aber, naja. Vielleicht habe ich ja auch irgendwie mal Glück. Hier unten ist gar nichts mehr. Doch. Hier, Schleim. Sumpf. Schleimbiom. Sumpfbiom. Mein Hut fängt an zu schimmeln. Das ist auch unheimlich nett. Dann gehe ich jetzt tatsächlich mal zurück. Ich habe... Na, ich habe ein bisschen Essen. Ich habe Seed. Na ja, na ja, na ja. Ich habe Pupu. Das wahrscheinlich schon echt am Stinken ist in meiner Tasche, aber... Never mind. Hallo. Too close. Na ja, komm. Ich bitte das. Vielen Dank, dass ich eure Bären wegklauen durfte. Das war wirklich sehr freundlich. Das ist auch noch so viel. Das glaube ich mir auch noch alles. Wenn es keiner haben will. Hallo. So. Ach genau, da muss ich Bäumchen anzünden. Für Kohle. Ähm... Ja. 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 Dann gehen wir jetzt wieder runter. Zum Loch. Und dann verschwinden wir. Ich bin hier richtig. Ich bin richtig. Essen. Na ja. Na ja. Wo ist das Loch? Da. Und reinjampfen. So. Ach, jetzt muss ich den ganzen Weg durch den Wald wieder latschen, ne? Äh. Okay. Äh. Naja. Naja. Müssen wir jetzt halt durch. Vorbei an diesen egelhaften Spinnen, die gleich irgendwann kommen werden. Da sind überall Pilze. Aber ich glaube, die sind giftig. Da ist noch ein Grab. Ein Gräber. Können sie noch nicht mal einen Friedhof leisten, ey. Die armen Schweine. So. Ja. Passt schon. Passt. Nee. Greifen die mich an? Uh. Ah. Oh. 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 Ah. Oh, alter Baum. Ich hoffe, die haben noch keine Babys gekriegt. Habt ihr schon Babys gekriegt? Ich hoffe nicht. Bin ich überhaupt richtig? Ja, hier müssen die eigentlich sein. Ja, hier liegt scheiße. Ich bin auf der richtigen Spur. Habt ihr schon Babys? Nein. Okay. I need food. Ich weiß. Ich muss aber erst zu den Schweinen. Ich muss erst hoch. Oh, geh mal auf den Weg. Müssen wir ein bisschen schneller. Tü, tü, tü. Ist gar nicht so leicht in der Wildnis zu überleben. Wenn man ganz auf sich allein gestellt ist und labil ist. Oh, hier ist noch ein Samen. So. Guten Tag, guten Tag. Ah, hier sind Blümchen gewachsen. Das ist sehr gut. Blümchen brauche ich. Ähm. Wo, ähm, mache ich denn mal meinen Platz? Ähm. Äh. Hier. Ja, ja. Macht euer Licht ruhig mal aus. Das stellen wir... Hier hin. Klink. Da schmeißen wir gleich mal einen drauf. So. Und, ähm, da muss ich erst mal Essen schauen. Fantastisch. Die kommen wohin? Ähm. Wo stelle ich euch denn mal hin? Ich habe ein bisschen Angst, dass die Mädels wegfressen. Die Schweine. Nein! Mir fehlt! Oh. Kann ich das planten? Ich kann es nicht planten. Das ist ja... Das ist ja scheiße. Ähm. Dann kann ich euch aber braten. So. Okay. Sehr schön. Ich hoffe echt, dass mir die Schweinchen da nichts wegfuttern. Das wäre ja echt mies. Also. Fände ich nicht... Fände ich nicht gut. Habe ich hier irgendwo in der Nähe Büsche? Ja, da ist einer. Da ist auch noch einer. Und in dem Waldstück muss ich gleich nochmal schauen. So. Was kann ich mir noch machen? Eine Schaufel habe ich schon. Ähm. Hasenkäfige. Könnten wir machen. Könnten wir tun. Äh. Ja. Bäume muss ich, äh. Fällen. Kann ich mir eine Kiste machen. So. Du wächst jetzt erstmal. Schweinchen schlafen einfach mal. Bis sie das Licht ausmachen. Was ist denn da los mit euch? Ich bin doch gar nicht böse. Bitte. So. Fress mir hier nichts weg, ja? So. So wie der Vogel gerade den Samen. Schweinerei. So. Schaufel. Schaufel, schaufel. Wo war es jetzt? Da unten. Dimm, 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 dimm. Ach, guck mal. Naja, ich muss das einmal drehen. So. Bäh, bläh, bläh. So. Können wir ihn dann drehen. Da unten war dann auch noch einer. Der da wäre dort. Nehme ich mir jetzt schon mal Büsche mit. So, wo war der? Da. Und einmal mitnehmen. Sehr schön. Und... Ah, diese bösen Blümchen, ne? Hier. Das brauche ich auch. Und was brauchte ich? Gras brauchte ich, ne? Okay. Dann... ...beschaffe ich mir jetzt mal Gras. Halt. Bevor wir das tun. Ich habe immer Angst, dass da ein Baumwesen kommt. Das ist meine größte Sorge, ja? Wieso nehme ich... Ach, mein Gott, ey. Geht doch mal ein bisschen sorgsamer mit der um. Wie verlaube ich denn auf ihr für Flint? Drei. Oh Gott, wir müssen Flint sammeln. Oh Gott. Nein. Aha, wo sind sie da? Mann, ist das blöd. Oh, wie? Nein. Oh. Verdammt. War es so langsam. Oh, so ein Vogelkäfig will ich mir eigentlich bauen. Weil die sind echt effektiv, diese Vogeldinger. Ach, Manu. Hier, planten. Und planten. So. Ähm, Holz habe ich siebte. Und Gras brauche ich. Hallo? Habt ihr jetzt Blibis? Nein. Okay. Jaja, ich nehme die nur mit, ne? Okay. Selbstverständlich nicht, hier gibt es kein Gras. Dann drehe ich durch. Doch, da. Häschen gibt es. Können wir jetzt Häschen fein bauen. Das ist, äh... Hier gibt es voll viele Häschen, Alter. Richtig viele Häschen. Schade, dass man die nicht irgendwie... Dass man sich nicht so einen Hasenstall irgendwie bauen kann. Wo man die dann eben einfängt und züchtet und blau. Und hast du nicht gesehen. Das ist ein bisschen schade. Kann man das Gras eigentlich... Doch, man kann es raus, ne? Pass mal auf, ich bin jetzt hier richtig effektiv. Das setze ich nämlich dann oben ein. Dann habe ich nämlich alles in der Nähe. Außer jetzt, äh... Pupu und so, ne? Aber ansonsten... Ich habe Büsche. Ich habe Holz. Gut, wegen Stein und wegen... Pupu muss ich dann eben laufen. Aber das ist ja das geringste Bübel. Ich nehme das mit. Pflanze das oben ein. So. Passt. Schweine können sich auch ein bisschen Gras wegsnängen. Wenn sie wollen oder so. Keine Ahnung, warum die das machen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr was. Verdammt. Ach, ich wollte in den Waldstück gucken. Hähschen, die dich einfach anschreien vor Angst. Also meine Hähschen machen das nicht, ja? Die machen nur so komische Kampfgeräusche. So, als ob sie mich gleich töten wollen. Nein, natürlich nicht. So, ich will hier niemanden angreifen. Oh, du hast gerade ge... Du hast gerade gemacht. Danke. Das war so genial einfach. Klauste den Kackehaufen so ein Büffel unterm Arsch weg. Das ist super. Das ist richtig super. So, es wird schon wieder dunkel. Da ist noch ein Häuschen. Was? Zum Penker. Ah. Schon kommen die Viecher raus. Das gibt es ehrlich nicht. Sobald es dunkel wird, hast du sofort Spinnen an der Backe. Blende ich dich denn mal da? Lol. Oh, nee. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, da liegt ein Samen. Ich hoffe, ich habe jetzt genug. Warum seid ihr denn schon alle wieder in der Räuse? Hallo. Ich weiß, dass du da drin bist. Ich habe das Licht gesehen. Okay. So, I need food. Eine Food Farm. Bleng. Können wir noch eine bauen? Ja. Dann baue ich mir doch noch eine. Warte. Warte. So. Da einmal. Da einmal. Sehr gut. So. Die Büsche. Muss ich irgendwo hin tun? Ach. Ja, ich weiß. Ich habe schon wieder falsch geklickt. Wo Madame die Dinger nicht anzündet. So. So. Da liegt noch einer. Okay, wir haben die, 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 die. Das mache ich jetzt erst mal an. Und ich brauche Holz. Ich brauche ganz dringend Holz. Ich möchte mir nämlich eine Kiste bauen. Und ich möchte schon mal mit einer Steinmauer anfangen. Denn, äh, Tag 6 haben wir jetzt, ne? Es könnte sein, dass bald Hundis auftauchen. Oder habe ich so gar keinen Bock drauf? Ähm. Halt, Moment. Ja. Das war's? Wie, das war's? Das ist so eine Scheiße, ey. Äh. Ja, ich baue mir erst mal eine Chest. Auf drei, ne? Eins. Zwei. Drei. Ne. Chest. E. Hm. Weiß nicht. Da. Ich hab nur noch ein Holz. Fuck you. Ähm. Pass auf, du kommst da rein. Dich brauche ich gerade nicht. Den Gnom brauche ich nicht. Du brauche, das brauche ich nicht. Das brauche ich sonst. Den Bumerang brauche ich nicht. Ähm. Den Leiter hebe ich mit dem Aufdust. Gold brauche ich im Moment nicht. Ach, euch wollte ich auch noch einpflanzen. Ach, du liebe Glyssin und Flamme. Ja, ich hab mal ein. Ach, boah, hier, knall nochmal drauf. Äh, baue ich nicht rein. Die bin ich. Ja, wo mache ich denn das Gras hin? Mach ich das dazwischen? Ich glaube, ich mache das dazwischen. Düdü, ddü, ddü, ddü. Ich muss erst warten, bis wieder Tag wird. Oh mein Gott, wir haben schon 31 Minuten. Was? Okay, ihr Lieben, dann würde ich aber sagen. Guten Morgen. Guten Morgen, die Nachbarn. Guten Morgen, guten Morgen. Ähm, dann würde ich sagen, was macht ihr? Sehen wir uns in der nächsten Folge. Die laufen hier einfach durch. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Don't Starve. Bis dahin. Tschüss.